Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man schnell und einfach lästige Deo-Flecken aus der Wäsche bekommt. Wer kennt es nicht? Man benutzt Deodorant und hinterher hängt mehr im T-Shirt als auf dem Körper. Manche Deos hinterlassen größere Flecken, andere nicht zu sehr. Da ich seit längerer Zeit dieses Problem habe, habe ich auch schon verschiedene Sachen ausprobiert. Da gibt es zum Beispiel den Ariel Fleckentferner als Spray oder den Fleckenteufel von Dr. Beckmann für Speisefett und Öl etc. Oder auch von Seel das Spezialfleckenspray. Jedoch hat mich keins bisher so überzeugt wie die Fleckenbürste von Dr. Beckmann. Die Vorteile an der Fleckenbürste von Dr. Beckmann sind, dass der Fleck nicht nur einfach eingesprüht wird, sondern dass das Mittel richtig in den Stoff eingearbeitet wird durch die Bürste. Das Mittel kommt aus der Mitte der Öffnung und fließt heraus, wenn man die Bürste über den Kopf hält. Ich zeige euch das jetzt einfach mal in der Anwendung. Flasche aufrechtschalten, ein bisschen auf den Fleck geben und einmassieren. Nun kann man das Ganze noch ein paar Minuten einwirken lassen, allerdings nicht zu lange und es ist auch zu empfehlen, vorher an einer unauffälligen Stelle zu testen, ob der Stoff auch wirklich farbecht ist. Also für mich mein absoluter Testsieger gegen Deoflecken in Kleidung.